Servus YouTube, ja ich zeige euch heute mal den E36 Compact, wie man den auf den Zentralstecker umrüstet. Hier in dem Bild seht ihr natürlich, welche Halter für was ist und hier nochmal der Scheinwerfer, dass alles einzeln angesteuert wird über die Stecker. Jetzt kommen wir hier zu dem Zentralstecker, der hat dann alles in einem und dann finde ich eigentlich viel besser als die einzelnen Stecker. Hier nochmal ein kleines Bild, wie der neue Scheinwerfer dann aussieht mit dem Stecker. Hier unten blende ich noch eine kleine Einblendung ein, wo die Scheinwerfer normal verbaut sind. Ja, noch eine kurze Anmerkung, ich werde die Anleitung in die Videobeschreibung geben, wie man das alles umlötet. Also Servus! Ja, noch eine kurze Anmerkung, ich werde die Anmerkung. Vielen Dank.